Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Stadtmitte. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 33 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 550 Euro pro Monat. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017